Okay, let's go! Geht nicht mit zu vielen Erwartungen rein in das Ganze, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Schauen wir einfach mal, wie es aussieht. Vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt. Und natürlich kommen noch kurz ein paar Grüße an den ein oder anderen Dog vom letzten Event-Wochen-Video. Und zwar starten wir mit... ...einem Gruß von Luis ans Casino-Glücksrad, das immer eins vor dem Auto bei ihm anhält. Fühl dich, Digga. Seele, Gruß geht raus an das scheiß Casino-Rad. Als nächstes geht ein Gruß von Enjoy raus an das Kajo Perico-Video von mir mit mittlerweile über 50.000 Aufrufen. Ja, Freunde, tatsächlich. Kuss und Gruß geht raus für euren Support. Dieses Video hat tatsächlich als allererstes Video die 50.000 erreicht. Raumhaft, es geht richtig ab. Kuss, kuss, kuss und Grüße an dieses Video. Dann noch ein Gruß an Claudi, die mir versprochen hat, dass, wenn ich sie grüße, das Winter-Update dann auch krass wird. Dann wollen wir doch mal sehen, Claudi, ob das jetzt wird. Gruß geht raus, ich hoffe, du lieferst auch ab. Und zuge du letzt noch einen Gruß vom lieben XY an seinen Scramjet, den er sich dank der geilen Black-Friday-Rabatte letzte Woche endlich leisten konnte. Die Rabatte haben wirklich ordentlich reingescheppert. Auf einem ganz anderen Level, würde ich fast schon sagen. Ich habe mir auch am Sonntag meinen Scramjet gegönnt. Also, Gruß geht raus, ich fühle das Ganze. Jawohl, das war's. Danke auch wie immer an alle anderen, die kommentiert haben, die ich jetzt nicht vorgelesen habe. Vielleicht am nächsten Mal, Freunde. Schön weitermachen, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem wirklichen Event-Wocheninhalt. Let's go. Kommen wir wie immer als erstes dazu, wo es das meiste Geld gibt. Und zwar gibt es diese Woche dreifach GTA-Dollar und RP auf die Bunker, Diamond und die Raketenbasis Gegner-Modi. Ja, mittlerweile ja üblich, dass so gut wie jede Woche einfach ein Gegner-Modus kommt, irgendwie mit Triple Money. Wer die mag, dann ist es bestimmt geil. Triple Money lohnt sich auf jeden Fall. Einfach mal reinschauen. Doppelt-GTA-Dollar und RP gibt es diese Woche einmal auf alle Versus-Missionen und dann noch auf die Missionen der MOC. Also, das ist eigentlich ganz interessant. Wer eine hat, gerne mal auschecken. Und außerdem denke ich, das Highlight der Woche, es gibt 50% mehr GTA-Dollar und RP auf die Bunker-Verkaufsmissionen. Ich check zwar nicht, wieso sie nicht einfach doppelt Geld gemacht haben, wie auch sonst immer beim Bunker. Bisschen ehrenlos von Rockstar, aber naja, besser als nichts. Auf jeden Fall nutzen diese Woche Freunde. Diese Woche gibt es außerdem noch doppelte Rap-Punkte vom LS Car Meet auf Straßenrennen, Verfolgungsrennen und Sprints. So, und jetzt aufgepasst. Diese Event-Woche geht nicht wie normalerweise bis zum nächsten Donnerstag, sondern bis zum Dienstag in eineinhalb Wochen. Also bis zum 14.12. Das Ganze ist ein verdammt zuverlässiger Hinweis darauf, dass am 14.12. hoffentlich ein neues, geiles Winter-Update kommt. Und wir erinnern uns, ebenfalls meine ich, am 14.12. letztes Jahr kam der Cario Pedico heißt raus. Das wäre dann das einjährige Jubiläum, soweit ich weiß. Ein wundervoller Tag war das, wie wir alle wissen. Das heißt, nächste Woche gibt es von mir kein Event-Wochen-Video, weil nichts geupdatet wird. Es wird sich also die nächsten eineinhalb Wochen nichts tun. Und dann melde ich mich, Zwecks-Update, hoffentlich wieder am Dienstag, dem 14.12. zeitig mit Infos. Und hoffentlich haben wir dann ein neues Update. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst und euch nicht nächsten Donnerstag wundert. Hä, wo ist er denn? Was macht er denn schon wieder? Wir bleiben gespannt. Wahrscheinlich, bis ich das Video hier oben habe, ist es schon wieder spät in der Nacht. Tod, ein Zertüppel! Und dann sind schon wieder nähere Infos draußen. Aktuell weiß ich leider nicht, was Sache ist. Vielleicht kommt in den nächsten paar Tagen ein Trailer. Vielleicht kommt heute Abend noch ein Trailer. Wir werden sehen. Kommen wir aber jetzt noch kurz zu den dieswöchigen Zeitrennen. Diese Woche ist es das Grove Street Zeitrennen. Auf jeden Fall, wie immer, die 100.000 mitnehmen. So wie auch beim RC Bandido Zeitrennen. Das RC Bandido Zeitrennen ist diese Woche das Friedhof Zeitrennen. Diese Woche gibt es 40% auf alle Bunker und die dazugehörigen Upgrades. Also wirklich sehr, sehr nice. Wer das noch nicht hat, zuschlagen auf jeden Fall. Der Bunker immer noch eines der geilsten Unternehmen in GTA Online, meiner Meinung nach. Und wer noch keinen Plan vom Bunker haben sollte, der checkt am besten meinen Bunker-Guide aus. Bereits hochgeladen und ready, um euch mit nötigen Informationen zu versorgen. Gerne vorbeischauen. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es ja diese Woche mehr Geld auf die Verkaufsmission. Nehmt das also mit Dogs. Schön Bunker kaufen, schön reinsuchten mit den Bunker-Missionen. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Das war es dann auch schon zu den Immobilien. Und jetzt kommen wir zu den Fahrzeugrabatten. Bei den Fahrzeugen haben wir zuallererst 40% auf die MOC und die dazugehörigen Upgrades. Wer die noch nicht hat und gerne hätte, diese Woche holen. Macht auf jeden Fall Sinn. Dann haben wir 35% auf folgende Fahrzeuge. Und zwar einmal den Juggler, der euch jetzt noch 597.187 beziehungsweise 796.250 kosten wird. Dann noch den Penumbra FF, den es jetzt für 897.000 Dollar gibt. Und dann noch den Tempesta, der jetzt für 863.850 GTA Dollar erhältlich ist. Und dann noch ein sehr geiler Rabatt bei Warstock. 30% auf den LaserJet, der jetzt noch 4.550.000 kostet. Also ihr spart euch fast 2 Millionen. Sehr, sehr geil. Ich glaube, das ist das teuerste Fahrzeug in GTA. Also wer das unbedingt haben möchte, der sollte sich das diese Woche holen. Mit dem Rabatt macht ihr da nichts verkehrt. Und das würde ich sagen, war es dann auch schon zu den Fahrzeugen diese Woche. Es gibt zusätzlich noch 30% auf alle LS Tuners Rennanzüge. Also wer das feiert, herzlichen Glückwunsch. Es ist deine Woche. Dann kommen wir wie immer noch schnell zum Podiumsfahrzeug. Dort steht diese Woche der Squaddy. Was soll ich sagen? Schmutz. Sind wir mal ehrlich. Wer das Auto feiert, keine Ahnung. Aber gönnt es euch trotzdem, Freunde. Einem Geschenken-Gaul. Schaut mal nicht ins Maul, ihr wisst Bescheid. Und zu guter Letzt kommen wir zum LS Carmeet-Preisfahrzeug. Das ist diese Woche der Vector. Dafür müsst ihr Top 5 in 12 Carmeet-Rennen kommen. Egal ob Straßen- oder Verfolgungsrennen. Ist, denke ich, auf jeden Fall machbar. Wer das Teil gerne haben will, gerne mitmachen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der dieswöchigen Event-Woche. Wie gesagt, an den Heißmonat kommt es natürlich nicht ran. Aber ich sage mal so, Rabatte und Boni auf dem Bunker ist immer nice. Und auch der Rabatt auf den Laser schallert ziemlich rein. Also gab es auf jeden Fall schon schlechtere Wochen, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Dazu noch die frohe Botschaft mit dem Winter-Update. Beziehungsweise die frohe Vermutung. 100% sicher weiß ich da noch nichts. Das pusht mich auf jeden Fall. Ich bin gehypt. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Lasst mich doch gerne eure Meinung noch wissen zur Event-Woche. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nichts Relevantes vergessen habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch auch auf Ehre einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Folgt mir gerne rein auf Twitch, auf Instagram. Kommt in die Stretcher-Crew und joinet unserem nicen Discord-Server. Außerdem auch noch gerne bei meinem Zweitkanal vorbeischauen. Alle wichtigen Links in der Beschreibung. Kuss, kuss, kuss. Vielen Dank für euren Support. Und dann wünsche ich euch viel Spaß diese Woche. Wir sehen uns wieder im nächsten Video am Sonntag. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.